Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf den Marsch. Wir mähen jetzt das Gras auf der Wiese 21. Also starten wir mit dem Kunstfeldfahrer. Dann setzen wir uns die Ausland fort auf Feld 1. Ich habe noch eine Lücke gespeichert. Nächster Boot. Schon mitnehmen. Jetzt schauen wir dem Lager nach, was wir kaufen können. Gerste haben wir noch genug da. Der Deckung funktioniert noch. Das heißt, ich habe Widerstand. Wichtiger ist sogar, dass das Lenkrad beim Luftlassen wieder auf keiner ausgeht. So. Dann haben wir noch einen Hänger. Ich möchte mich ganz gerne... ...neu und lege kaufen. Mit dem Boot sofort. Das ist alles mal leer machen. Ich muss mindestens... ...zu viel dem Riefer kaufen. Um mich auch zu viel verlust zu haben. So. So. Der Baton klappt. Schauen wir mal, wo wir am besten... ...Bahnhof aktuell noch... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann lasst man stehen da ist der Kurs scheiße deutsch dann den speichern fern da aus das 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 war's hier. Ich muss noch mal reingefahren, dann muss ich beim nächsten Mal halt die Anfußbereichen. Das kann man nicht genau. sieht auch gut aus ich bin der bauer, ne? ich darf das eines tages kaufen die straße, das ist halt zur maut das wärs die dusseligen KI-Fahrer abkassieren mit der baut nur weil die dabei fahren Zeit? haben wir noch können wir noch mal kaufen hier aus der Falle das wär die Folge für Montag ja, schön Montag und dann können wir grad hin rein ey, du getrickst am Lieger dann ich kann mal hupen Naturkutsche Sonntagsfahre, keiner von Schilder oh we go only oh we go only oh we go only Ja, ja, ja. Gut ausgefahren. Ja, ja. I guess it's ready. It's really new. I can't even get it from here. Okay. Naja. Mach ich ja nix. So, nacharbeiten. So. Freistell. H&B. So. 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 Ich werde mal schnell nacharbeiten, bleib mal schüttelnd wegen der Wickel, bye bye.